Musik Ich würde sagen, es lohnt sich. Spass mit den Kollegen. Du lernst etwas. Immer, wenn man ein Instrument spielen kann, ist es gut. Ich spiele dieselbe Geige. Das macht mir sehr Freude. Es gibt mir sehr viel Freude. Es befreit mich. Es werden keine Probleme. Ich habe mich einfach ganz vergessen. Ich bin in meiner eigenen Welt frei. Ich kann machen, was ich will. Ich will mich hier lassen. Es ist schon lustig, alles zu machen. Nicht nur ein Instrument. Ich weiss nicht genau, aber ich fühle mich immer rühwiger oder einfach viel mietlicher. Ich gehe lieber mit der Gruppe, weil der Tänzer ist schöner und lustiger. Eine Gruppe singen, eine Gruppe Theater, eine Gruppe tanzen und instrumental. Tänze. 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 Das macht mir auch immer Spass. Ich sehe eigentlich pro Tag eine halbe Stunde. Aber sie haben weniger, weil sie keine Lust haben. Sie hatten vielleicht auch schon den Tag, als ich zwei Stunden am Klavier war. Wir haben alle alles ausprobiert. Also die, die tanzend, haben mal Musik kennenspielen und singen. Das Motto haben uns gewählt. Und das finde ich nicht schlecht. Es passt auch an gute Stücke dazu. Einfach Lass mich sein, du stehst mich in dem Sinn. Oder einfach bei der Musik. Lass mich hier sein. Das Essen ist gut. Einfach, dass ich mit den Wurzeln in einem Zimmer bin. Ja, und so. Ich spiele Klavier. Eine Viertelstunde so. Ich spiele jetzt gerade im vierten Jahr. Erstes, drittes Jahr. Also gibt mir sehr viel Freude. Also ich spiele jetzt das weiter. Und ja, ich glaube, ich wollte das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.